Moin Moin und Hallo, Willkommen zu Hound, meinem kleinen Let's Show, whatever. Ja, das ist mein allererstes Let's irgendwas, das heißt es als allererste Mal, dass ich in einem Video labere. Ja, und wir zocken heute Hound, ein wunderbares Lernspiel für kleine Kinder. Also, in Hound geht es darum, sich seine eigene eigene Welt aufzubauen, Tiere zu töten, sich Dinge zu kraften und dann irgendwann den bösen Ender Dragon zu besiegen, der sehr böse ist. Oh, äh, eigentlich sollte dieses Spiel jetzt sehr würflich sein. Hm, ja, wartet mal ganz kurz, Moment, ja, ach nee, das war Minecraft, nein, Hound, wartet mal, wo habe ich es denn? Ja, ja, Moment, Moment, ich hab's gleich, hab's gleich, ich hab's gleich. So, also, Hound ist offensichtlich ein Gruselspiel, tatsächlich, naja. Also, es geht wohl darum, vor allem bösen Tentakelmann abzuhauen, der einen versucht, seine Gewalt zu bringen, das hört sich sehr komisch an. Ja, und dann wird er wahrscheinlich mit uns einen Tee trinken und uns in sein Haus einladen und der Rest wird dann nicht mehr jugendfrei, den ich zu erzielen habe. So, da hinten sehen wir es schon leuchten, vielleicht geht ja die Sonne auf, oder? Da ist ein Haus. Ja, also, Häuser sind was ganz Tolles. Hilfe, Hilfe, kannst du mich hören? Nein, kann ich es auch immer nicht hören. Geh. Ah, gruselig. This place feels creepy, where is all... Wo ist die ganze Zukunft? Ah, Streitmaschine. Ähm, Streitmaschine. Ja, mal los. Ah. Aha. Safe game. Viel gespeichert. Mann, bin ich toll. Okay, ich glaube, ich bin hier drin, das ist sicher, ich muss mal irgendwo hingehen, wo ein bisschen mehr Grusel. Was war das, da war gerade auch nur aus meinem Haus. Also, jetzt nicht in dem Haus, sondern in dem. Nein, in der Küche ist gerade irgendwas runtergefallen. Das ist jetzt gerade gruseliger als dieses Spiel an sich. So. Also, hier drin ist es, wo öffentlich so, dass hier irgendwas drin ist. Merke, da hinten ist ein Haus, ich glaube, da hinten. Da hinten sind Batterien. Warum sind da hinten Batterien, wie wenn hier Batterien sind? Oh, da war ein Zettel. Ich glaube, das ist alles, was es hier drin gibt. Äh, zumindest ist es jetzt im Let's... Äh, was macht der? Was war? Äh, ich dachte, es war ein Let's Play. Genau, es war ein Let's Play, was ich mal angeguckt habe. Also, in diesem Let's Play wurde, ist der hier durch das ganze Haus gerannt, wie ein Paranoider oder irgendwas. Und hat nichts gefunden, glaub ich. Also, ich kann mich auch gerne belehren lassen, dass es um später ein paar Sachen war. Oh, jetzt hör auf zu gruseln. Tja, also, wie man offensichtlich sieht, ist mein Computer sehr schlecht, deswegen grisselt das manchmal und deswegen habe ich einen Frame Rate von 12, 11, 13. Okay, also, wie gesagt, wir müssen jetzt Seiten und, äh, Seiten und Fotos finden. Und ich habe einen Schlüssel. Also, Schlüssel sind was Volles. Ich hätte vielleicht nicht auf Mittel, sondern auf Richtig Schwer zocken sollen. Dann wäre es definitiv ein bisschen interessanter. Naja. Also. Da wurde uns sogar noch schön eingef... Bäh. Ex-Ton. Ähm, ich werde versuchen, mal hier so einen kleinen Speedrun zu machen, weil es uns einfach zu lange dauert. Wir haben wirklich alles jetzt zu machen. Also, das erste Mal, sobald ich ihn sehe, ist, äh, gleich zu Ende. Aber, glaub ich, bald nicht. Also, ich weiß nicht, bei Slender war es so, hat man ihn angeguckt, selbst wenn er 30 Kilometer weit weg stand, ähm, wurde man trotzdem getötet. Das war irgendwie ein büsel, ganz gar nicht büsel unfair. Aber, naja, das sollte man machen. Man könnte sich ja bei den Entwicklern beschweren, aber wollte man nicht. Es war einfach so cool. Hallo? Ist da wer? Wohl er nicht. Na ja. Dann war es besser. Ja, es sind nur harte Texturen. Ja, äh, ich erinnere mich noch wieder an Death Island. Da war es noch so, da können wir die nicht richtig treten. Ah, ja. Hey, das sieht ja fast nur aus wie bei mir zu Hause. Naja, also bei mir sieht es noch ein bisschen unaufgewandter aus, aber, wenn es mal rein von der Optik hat was. So, äh, der rennt hier mit seinen ganzen Körpern. Ich habe den davon schon durchtorniert. Ich, äh, habe, natürlich, äh, nicht Gründ, also ich bin nur 10 Meter Läufer. Und, äh, das, äh, was ist denn das für ein Aufbau? Es ist eben kurz in die Tür, sollten wir mal nicht von Arsch treten. Nun ja. Oh, ja, ist, ist, wir haben es gerade. So, jetzt machen wir mal jetzt. Dann haben wir an. Oh. Da ist Blut. Hier hatte wohl jemand Geburtstag. Tralalalalala. Tralalala. Schuppdi-dudu. Tralalali. Oh, hallo. Ja, moin. Hier, euch, zum Beispiel. Gerade. Nun ja. Ja, also, das war's schon mit unserem kleinen Let's, äh, lassen uns erschrecken von nicht gruseligen Viegen. Ähm, damit sage ich zu Hound, äh, ich glaube Downloads werden in der Beschreibung stehen. Ähm, ja, falls ihr noch irgendwas habt, was ich hier hätte besser machen können. Ach, nee, das lasse ich, ähm, oder schneide ich raus. Äh, alles in allem. Ja, tschö, tschö und, äh, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet euch da ein oder eben doch nichts. Wenn es euch so oder so gar nicht interessiert, müsst ihr ja nicht einschalten. Sehr schön, ihr müsst nicht. Ihr seid YouTuber. Ich, ich bin nur der hier, äh, Let's, Let's, äh, was auch immer. Ich bin noch eh vier. Also, dann, äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal und, äh, tschö, tschö. Äh, tschö.